Okay, Barbarockschmüse gehen rein. Erstmal die wichtigste Meldung des Tages an alle Nicht-Follower, an alle Nicht-Subs. ... von euch, ja, sind richtige F***sen, Weicheier und Lutscher. 99 Prozent, okay? Wichtig, die nachvollen Videos sollen keine Person... ... alles lediglich der Unterhaltung. das ist älter als äh mein alter what's going on ehrlich danke kommt nicht so bekannt vor der gewiss das kann ich danke für die playstation die erste konsole in meinem leben ich hatte noch nie eine und die playstation wird mich einfach von drogen weg holen ich werde nur noch kiffen und play sie zocken jetzt zwei monate niemand ich wie vor den ganzen aufgaben und pflichten im leben flüchte warum treffen die denn nicht warum treffen die denn die nicht jetzt werf doch ab jetzt los monge regelt das gott ohne uns die wollen halten uns an ja was ist denn los jetzt hier kollega jetzt weiterfahren jetzt kommen die von vorne ja moin zum glück habe ich ja auch damit du nicht weg fahren kann ja ja du bleibst hier sitzen entdeckle das kurz oma warte ja bruder ich gönn dir von herzen auch er wala manche leute bekommen ein porsche zum geburtstag ich war froh wenn ich gerne die schläge bekommen aber wo die situation ihr zockt bis tief in die nacht und denkt euch nichts böses hallo ich bin nick und ich denke mir nichts böses und plötzlich kommt eure mutter hervor ich bin eine mutter schritt eins ablenkung mama hinter dir ist ein autodien ach hey jetzt bin ich aber abgelenkt schritt zwei spuren verwischen ich sehe keine spuren schritt drei schlafen stellen hochmann damals wenn ich heimlich gezockt habe playstation und so ich schwöre ich werde jetzt eins zu eins nachmachen wie es war ich saß in meinem stuhl ich saß von meinem fernseher der fernseher ich bin am zocken auf einmal merke ich so dies immer die treppen langsam runter geschlichen weil sie wusste ich zocke auf einmal die letzte stufe so und ich so ich so originale reaktion ich habe gemerkt ich kann es nicht mehr ausmachen control an meine reaktion so meine augen voll am zittern digga meine augen voll am zittern tügel auf sie guckt fernseh guckt mich an kevin und ich so meine augen voll am zittern digga so kein mensch pensel digga bei den augen voll am zittern der lehrer hat bestimmt was gegen mich weil ich auseinander bin Das ist ja so cringe ich hätte lustig gefunden wenn der eine kollege ihn angeschoben hätte und er wäre so um irgendwelche tische gedriftet oder so das wäre voll lustig gewesen aber guck mal er hat diese musik an wird reingerollt Kommt wahrscheinlich nach drei meter zum stehen steht dann einfach so in der klack in der klasse und das ding läuft unangenehme situation niemand meine freund am morgen ohne schminke Gruselig sein oder Fuck dieser typ im disco ist das Lalalalalalalala Wieso macht der so Lalalalalalalala Lalalalalalala Lalalalalalalalalalala Lalalalalalalalal Lo- voll Der arme Einstellung Auf die Plätze Fertig Und Los Die Kommentare sind wieder an Wenn ihr beleidigt mache ich den Chat aus Und 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 Huren 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 Sooooooooon 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 Dann tut es mir leid, dann müssen wir die Kommentare leider ab Ich distanziere mich Hab ich nicht verstanden Wie Lehrer eine Schneeballschlacht sehen Christoph, komm Abziehen Ausholen Werfen Deckung Er deckt sich mit einer Holzplatte zu Er mit einem Teppich iPhone 12 Okay Er ist bestimmt bei einer anderen gerade, was er wirklich macht Das ist auch das erste, was ich gemacht hab, als ich im Kontrolllater Ich hab direkt so ein P*** gezeichnet Und andere Symbole Da wollte ich mir eben einfach die Werbung gönnen Aber das hab ich gerne gemacht Guten Rutsch heute Fühl dich also Deckmacks so Nicht so Nettere Werbung aus deiner Version Hau über Netto, über Netto, Netto, Netto! Die guten alten Scooter Videos Scooter Tuning is not a crime Die guten alten Scooter Videos Wo irgendwelche 15, 16-Jährigen mit ihren aufgetunten Rollern rumcruisen Und vor der, vor der Polizei abbauen, alter Zu wild Rechenleistung von TikTokern Einfach in zwei Tagen schon 2021 Ich hoffe, dass in ein, zwei Tagen einfach schon 2021 ist so Digga, das Jahr ging so krass vorbei Gut, dass der Dezember bis zum 31. geht Hey Bruder, sorry, oh Allah Hilf mich nicht Hey Bruder, sorry Geh mal weg Hey, was ist los? Schick Adressen Junge, da ist mein Vater! Marco ist einer von Martins Kumpels Gegenseitig bezeichnen sie sich als beste Freunde Was die beiden verbindet, sind die Drogen Martin und Marco schlagen oft gemeinsam die Zeit tot Ist das nicht eklig? Das hat jemand anderes im Mund gehabt? Ähm, die Leute, die sich Kippen leisten können Die haben bestimmt weniger Krankheiten als ich Kippen kosten 4 Euro, Digga Naja, ist böse gesagt Naja, ist wirklich so Frau für eine Für einen Tag, was würdest du tun? Tag Was würdest du tun? Was soll ich machen? Ganz normal in der Küche rumhängen Hahahaha Für Patrick Abi Patrick, du bist gefeuert Aber ich arbeite doch gar nicht hier Möchtest du einen Job? Ab sofort Aber klar doch Du bist gefeuert Die Zigarette, Digga Hey, bitte ey, hört doch auf, alte weiten zu lassen Wow Könnt ihr auch draußen machen, wenn ihr mich seht Warum hier? Hier sind so viele kleine Kinder Hab bisschen Respekt vor denen Deine Mutter hört Haftbefehle Du dummer Sohn Deine Mutter ist hier gerade hier Willst du Hallo sagen? Hallo Mama Deine Mutter ist gerade hier Cringe 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 Devil Nur Gott weiß, wenn wir unsere Noten bekommen haben Schaut bis zum Ende Hey, hey, hey Ja, come on Yo, bros Hat der gerade seinen Nachnamen gelegt Und sein Hausklingelschild Und sein Hauseingang Mama, ich hab die Schule aber zurückbekommen Und ich hab ne 1 Mama, ich hab ne 4 Wow Gut, Lena Tobi Komm, feiern Hey, hey Aber geile Milf, Digga Hey, 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 hey Dann sag mal Tobi Wenn du das jetzt hier, äh Instant-Noodle-Cop Wenn du das sehen solltest, ne Passt auf deine Mama auf, Digga Sag ich dir ehrlich Ach, guck mal, Ello Tricks Den brauchen wir noch Äh, für mich ein Monster-Energie Monster-Energie Ja Dann nämlich doch lieber, äh, ne Cola Die für die günstigen 3 Euro, bitte Mit Glas Ist das umsonst der Zunehmenspreis? Nee, 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 doch die Flasche Bruder, schön normal, Digga, das Messer Bruder, was machst du die Gasse? Die Gasse hat 3,205 Kommission raus und machst die Gasse Bruder, schon gar keine Zeit machen schneller Bruder, wissen die Leute bescheiden Die Gasse hat 3,205 auf dem 3,5-Kanal taub, finde ich War nicht Einmal und den Trailer für 1,20 wurde gelegen Wenn 2021 so Aliens die Erde übernehmen würden Ich würde einfach sagen, Bruder, mich schockt hier nichts mehr Oh mein Gott! Wow! Das Kindergeld Kindergelderhöhung 21 Steigt an auf dann 219 Euro bei den ersten beiden Kindern Und dann fürs dritte und vierte gibt es jeweils nochmal mehr Geld Ah, meine 10 Kinder, jawoll! Das Video war neutral, Bruder Ja, dann muss ich wirklich sagen Ah, Meme, wir waren besser, klarer ausgewählt Es ist Freitag, bitte mit den Nomis unterwegs Ey, unterwegs, ja Ich werd angerufen von nem Bro Er fragt, was geht grad Kippen, Krabbe, Hülsen und wir hängen an nem Skatepark Ey, yo, bis später Peter Es ist Freitag, bitte mit den Nomis unterwegs Ey, unterwegs, ja Ich werd angerufen von nem Bro Er fragt, was geht grad Es ist Freitag. Er fragt, was geht grad